Karl-Benedikt von Bremer war ein königlich-preußischer Obrist und Chef des Garnisonsregiments Nummer 8. Leben Bremer entstammte hannöferschem Adel. Er ging 1756 in preußischen Militärdienst, nachdem er zuvor in hannöferischen, pfälzischen und bayerischen Diensten gestanden hatte. Während des Siebenjährigen Krieges war er Mitglied der Freiregimenter Wunsch und Lenoble. In dieser Zeit konnte er sich besonders im Gefecht in Pasewock auszeichnen. 1761 bekam er als Major im Freiregiment Wunsch den Pur-le-Merit. Er geriet 1761 bei Ebeleben in Gefangenschaft, in der Schlacht bei Landesschatt wurde er so schwer verletzt, dass er unter den Toten liegen blieb. Er wurde aber trotzdem gerettet und wiederhergestellt. Am 11. Januar 1758 wurde er im Regiment Lenoble Major und im November 1769 Oberstleutnant. Am 23. Februar 1772 wurde er oberst und übernahm das Regiment. Mit Beginn des Bayerischen Erbfolgekriegs 1778 ging er in Pension und zog sich auf das Gut Sommerfeld zurück. 1787 erhielt er von König Friedrich Wilhelm II. zudem ein Gnadengehalt. Er war mit einer Frau bürgerlicher Herkunft verheiratet. ... Vielen Dank.